Meine Frau hatte auch eine Erziehungsstelle, die hatte ein Mädchen zu Hause und dadurch bin ich so ein bisschen in diesem Beruf reingeschlittert. Ich habe mich angeguckt, ich bin mir zur Hilfeklinie gefahren, habe geguckt, was die da alle zu machen, wie ruhig die auch bleiben. Ich kenne die Eltern, dass Eltern total ausrasten, haben sich nie um die Kinder richtig gekümmert, aber ich möchte mein Kind sehen. Und alle sind professionell gewesen, da habe ich immer so richtig gestaut. Und weil ich vom Bau kam, hatte ich dann gesagt, ich stehe gleich auf und dann schubze ich den um oder so. Kannst du ja gar nicht machen, den Beruf. Und dann habe ich erst mal so erfahren, dass es einen Haufen Leid gibt. Man kümmert sich ja gar nicht drum. Ich dachte immer, zu den Erdzeiten kannte ich noch, dass es ganz viele Heime gibt, aber nicht mehr heutzutage. Wo wies denn, dass es Kinder heim gibt, Erziehungsstelle kann ich außer meiner Frau ja nicht. Naja, und dann habe ich mich entschlossen eine Ausbildung zu machen. War auch schwierig. Drei Jahre als Teilzeit habe ich diese Ausbildung gemacht. Und habe dann selber eine Erziehungsstelle gegründet. Habe mir zwei Jungs aufgenommen. Einmal der Kleine war zwei Jahre und der war bei uns eine Weile. Und der ist wie dein Kind. Der ist wie mein Sohn. Der sagt zu mir, Papa, der fühlt sich so wohl. Und der kann ja nicht für seine Herkunft. Und dann haben wir über Trüksi erfahren, dass ein kleiner Junge Eltern sucht. Dann haben wir uns gemeldet. Dann sind wir nach Leipzig gefahren. Haben den ein paar Mal gesehen und mit dem gespielt. Und das ist ein völliger Volltreffer. Das ist so was Süßes. Das macht richtig Spaß, so einem Bengel zu helfen. Naja, und dann gibt es ja einen Vormund und Jugendamt. Und Jugendamt Leipzig hat gesagt, Mensch, da gibt es noch einen großen Bruder. Der hatte früher mal Kontakt zu seinem Bruder. Und der wollte ihn mal wieder sehen. Dann haben wir den großen Bruder zu uns eingeladen. Dann hat er bei uns mal Ferien gemacht. Dann hat es ihm so gefallen. Dann hat er gefragt, ob er bei uns bleiben kann. Er wies ich nicht. Er hat ihn zu mir nach Hause gesagt. Na, Mann, das ist noch ein Zwieter und so was. Na, mach das doch, hat sie gesagt. Dann haben wir den zu uns geholt. Und der fühlt sich bei uns auch richtig wohl. Der war da am Heim und der durfte nichts machen. Die durften nicht richtig raus. Die haben zwar einen Fußballplatz gehabt. Aber ich hab auch gemerkt, dem Jungen fehlt was eingeständigt. Dass der mal mit mir draußen Gartenarbeit macht. Dass wir beide mal einen Baum umsägen. Dass der mit einem Hammer hammern kann. Nagel in der Wand schlagen. Oder sich einen Baum rausbauen. Das hat ihm alles gefällt. Und der blieb so oft bei uns. Das findet er einfach toll. Ah ja. Ich hab ja zwei Töchter, zwei eigene Töchter. Und hab noch zwei Jungs. Das ist super. Also macht Spaß. Ich geh mit den Jungs baden. Wir machen Quatsch. Wir machen Nahrerfeuer. Also die Arbeit macht auch richtig Spaß. Das ist mein Hauptschlag. Das ist natürlich ein verantwortungsvoller Job. Weil ich muss 24 Stunden die ganze Woche da sein. Ich muss mich drum kümmern. Und ich mach auch keine Unterschiede. Wir fahren zum Beispiel in den Urlaub. Wir fliegen auch weg. Nimm die Kinder mit. Und... Bis so schön.